mit fast 40 habe ich geschafft was ich schon immer machen wollte sämtliche konzerte von antonio vivaldi aufzunehmen das ist sicherlich ein lebenstraum von jedem blockflutist ich liebe diese werke wenn ich wollte dass sie als zuhörer meine liebe für diese werke spüren können mit capricornos concert basel glaube ich ist das uns gelungen zusammen haben wir vielleicht ein neuer klang für die musik von vivaldi geschafft unsere art und weise zu spielen möchte ich beschreiben in anführungszeichen als religiös damit meine ich nicht dass wir beten oder so während des spiels sondern nein wir versuchen billige effekte zu vermeiden die eigene ego zu vergessen und nur an den botschaft von vivaldi zu denken wie vivaldi neu zu erzählen das war unsere ziele bei dieser aufnahme und und Untertitelung des ZDF, 2020